Was ist, wenn man in China auf Toilette muss? Ich zeige euch jetzt, wie die Toiletten in China aussehen. Und wenn ihr nichts Ekliches sehen könnt, dann schaut ihr es weg. Bevor ich nach China geflogen bin, habe ich noch nie solche Toiletten gesehen. Und ich hatte einen kompletten Schock, als ich das das erste Mal gesehen habe. So sehen hier die Toiletten aus. Es ist einfach nur so ein Loch auf dem Boden. Und hier waren die einfach auch sogar nebeneinander, ohne Abtrennung. Und das hat auch extrem gestunken. Aber das ist nicht bei allen Toiletten so, manche sehen auch so aus. Aber was super wichtig zu wissen ist, nimmst immer ein Taschentuch mit. Denn hier gibt es super oft kein Toilettenpapier. Oh, so tut man runterspülen.